Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Der Ball ist draußen, wird ein Wurf geben. Ja, da ist Platz jetzt. Hereingabe in die Mitte. Ganz stark abgeblockt. Ecke kommt rein. Da ist der Ball erstmal raus. Da kommt die Hereingabe. Da sagt jeder Keeper, danke, kein allzu gefährlicher Ball. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Seguin. Anspielstationen wären da, machen sie sehr gut. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Ball draußen wird ein Wurf geben. Kübler. Der Ball ist weg. Cedric Eten. Schönes Anspiel. Pietro Willems. Hereingabe. Gute Aktion, Ball ist raus. Egelstein. Griffo. Da ist der Ball jetzt weg. Branimir Gotar. Egelstein. Da ist der Ball jetzt weg. Branimir Gotar. Auf außen ist jetzt Platz. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Sie haben den Ball, aber bekommen sie ihn auch raus. Und da ist der Ball wieder weg. Vincenzo Griffo. Griffo. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Die Ecke kommt. Wichtiger Befreiungsschlag. Vincenzo Griffo. Flanke kommt in die Mitte. Das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erst mal weg. Jetzt schießt er. Die Chance müssen sie eigentlich nutzen. Ja, sah richtig gut aus, aber der Abschluss viel zu schwach. Weiter 0-0. Seguin. Mit Auge. Ball ist weg. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Aber wenn genau hinschauen. Erst mal Augen auf jetzt. Den hält er. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Ecke in die Mitte. Tor um 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie. Haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Hier ist dieses Tor noch mal. Sie bringen die Ecke rein. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Die Nummer 32. Win-Shit-Zahl-Dinne. Cedric Eten. 4 KWR. Jetzt wird es gefährlich. Und jetzt ist der Ball weg. Die Szene damit erstmal geklärt. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Sie wollten den Ball. Sie haben den Ball. Branimir Gotar. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Er macht heute bislang eine gute Partie für dich. Wie siehst du es? Er hat sich einige gute Möglichkeiten erarbeitet. Eine davon auch für den Führungstreffer genutzt. Ein guter Auftritt bisher. Und jetzt geht es hier weiter. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Kübler. Sie können den Ball abfangen. Seguin. Das könnte die Chance werden. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Schönes Pressing jetzt. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Guter Steilpassier. Spiel den Ball. An die Latte. Sie versuchen es. Da wären sie fast belohnt worden. Um ein Haar der Ausgleich. Aber das Gestänge ist im Weg. Er geht weite Wege. Dutziak. Ganz alleine. Super gehalten. Ui. Was für eine Parade. Wahnsinn wie er den noch hält. Ecke kommt ins Zentrum. Da ist der Ball erstmal raus. Ja, könnte was werden. Keine optimale Ballannahme in Bedrängnis. Aber bleibt erstmal im Ballbesitz. Und jetzt vielleicht die Chance gibt Ecke. Ecke wird kurz ausgeführt. Flanke kommt rein. Situation geht weiter. Immer noch gefährlich. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Höfler. Er hatte Ball. Gute Aktion. Branimir Gotha. Harvard Nielsen. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Ja, abseits. Zu früh losgelaufen. Wenn das Timing besser stimmt, kann da mehr rauskommen. Jetzt würden wir hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mit einem Wechsel. Der Linienrichter. Der Linienrichter. Der Linienrichter. Der Linienrichter. Der Linienrichter. Der Linienrichter. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Flanke jetzt. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Balleroberung. Ja, da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis. Vincenzo Griffo. Da ist der Ball jetzt weg. Da ist Platz. Stark gemacht. Das könnte was werden. Na, keiner kann was aus der Flanke machen. Muss Einwurf geben. Gönter. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. aber diesen gleich ist hier schluss aber sie können den ausgleich noch packen jetzt bekommen sie die chance und die fans geben jetzt war richtig gas es sind nur noch ein paar minuten zu spielen und nach wie vor steht hier kein sieger fest eine ganz enge kiste da sind sie immer noch sehr gefährlich achtung jetzt er geht dazwischen kübler egestein 60 sekunden gibt es noch als nachspielzeit wie geht also nicht mehr schluss nun steht es fest sieger dieser partie sind die gastgeber am ende wird es hier also dieser knappe sieg in der liga da freuen sie sich dass sie das über die runden gerettet haben sie waren die etwas bessere mannschaft